Willkommen zu unserer kleinen Qigong Übung Hebe den strahlenden Mond aus dem blauen Meer Danke fürs Anklicken Wir gehen sofort in die Übung Dazu schulterbreit, hüftbreit parallel hinstellen und die Arme hochführen Im großen Bogen sinken lassen in den Knien tief und den Mond aus dem blauen Meer nehmen und wieder nach oben kommen aufrichten und wieder öffnen Diese Übung siebenmal durchführen Der Atem kann zunächst erstmal einfach fließen Wichtig ist, dass die Bewegungen ruhig und langsam und fließend sind Siebenmal Hebe den strahlenden Mond aus dem blauen Meer Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal